Was geht ab, alle liebe Freunde, willkommen zurück in einem weiteren wunderbaren Video. Wir sind wieder am Start mit den schlechtesten Deutschrap Lines Reupload Version. Ich hatte die davor gar nicht mitbekommen. Ja, scheint jetzt aber alles gefixt zu sein. Ich würde sagen, wir schauen einfach rein. Ich glaube, wir müssen, wir dürfen nicht auf Vollbild machen, weil hier wahrscheinlich wieder einiges an Text und so eingeblendet wird, dass das vielleicht schwierig wird, wenn meine Failsquinte vor ist. Deswegen jetzt noch Kleinbild, Friends. Aber alles cool. Link zum originalen Video in der Beschreibung. Boss Explosive leistet immer unfassbare Arbeit. Ja, ich freue mich drauf. Let's go. Oh, wir müssen wieder, Dings, wir müssen wieder raten, wer drin vorkommt. Okay, Kurdo hätte ich eh nicht gecallt. Guter Call war letzte Folge. Waren letzte Folgen immer Casey Rebel, waren immer Bushido. Ähm, wen hatte ich, äh, wen hatte ich noch reingenommen? Wer war eigentlich auch, Summer Jam auch nicht schlecht. Casey Rebel, Bushido, Summer Jam. Ähm, auf dem Thumbnail, wer war auf dem, auf dem Thumbnail drauf? War, glaube ich, sogar Summer Jam, ich bin mir aber nicht sicher. Nehmen wir noch Loredana dazu. Könnte ein nice call werden. Und vielleicht ein Überraschungsgast. Kollegah. Würde man nicht erwarten. Aber wir, wir callen mal. Mal sehen. Mein Rap-Steam. Scheiß immer noch auf Trap-Beats. Warte, 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 ey, ey. K.U. auf Trap-Beats. Digga, wenn das sogar auf dem, auf dem selben Album ist, Mann. Snaga sagt mir nichts. Aber 2007 auch sehr early, hab ich, da war ich gerade geboren gefühlt. Arsch auf Grundeis, denn ich stopfe euch das Maul, als ob euch 10 Meter Arsch in den Mund scheiß. Das kam mir bekannt vor, irgendwie. Der war schon mal dabei. Der war schon mal dabei. Warte, 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 nochmal, nochmal, nochmal gucken. Und auf einmal geht euch der Arsch auf Grundeis, denn ich stopfe euch das Maul, als ob euch 10 Meter... Bro, 2007 wilde Zeit gewesen. Ne, killhaft. Leint sich schon hier, der Esel hat. Okay, heute gucke nicht mehr auf die Preisschilder. Gucke nicht mehr auf das Preisschild von Jamula direkt in deinen Song. Genau das, genau dieser Song. Donnerzeichen, ja. Haben viele. Oh, Purple Punch von Jamula, auch geiler Song. Gucke nicht mehr auf die Preisschilder. Ja, Digga, viele, echt. Gucke nicht mehr auf die Preisschilder achten. Oh ja, ich bin so reif. Oh ja, ich bin so reif. Erste Nennung. Erste Nennung. Wie jetzt? Aber warum in Klammern 2012? Achso, weil es falsch war, oder wie? Moneyball Gucci und Prada erste Nennung. Ich dachte, weil Moneyball das erste Mal dabei war. Moneyball das erste Mal dabei war. Moneyball schau nicht auf den Preis. Alles für die Gang und ich guck nicht auf den Preis. Nein. Ey, niemals unter 1.000 ist auch nice. Weil auf einmal guck ich mich mal auf den Preis. Keine Ahnung vom Preis. Nein, ich guck nicht aufs Schild. Aber irgendwie cool finde ich, wenn man sich so anguckt, wie viele verschiedene Leute hier so zusammenkommen. Da hast du auf einmal unter einem Kollegen Lelano stehen daneben, einen Jamula. I don't know. Nein, ich guck nicht auf den Preis. Nein. Brauch mich, ich kaufe Designer und ich schau nicht auf den Preis. Das ist das allererste Mal, dass ich hier irgendwas von Yen Kalle höre. No joke. Ja, ich kaufe, ich schau eh nicht auf den Preis. Ja, ich kaufe Designer und ich schau nicht auf den Preis. Wir wissen auf jeden Fall, Yen Kalle guckt auf keinen Preis der Welt. Majo. Majo auch guter Caller eigentlich, ja. Antikasso. Ich glaube, der hat nur so abstrakte Dings gemacht. Wer hat gute Körper gemacht? Wie hieß der Typ, der... War das Michelangelo? Ich glaube Michelangelo. Der hat so Bildhauerei gemacht. Ich bin der King. K1. Was ist auf der Baumschule? Für Sau-Schwule. Sonderschule. Für Besonderschwule. Go. No. Aber der Flow war irgendwie nice. Und Real Talk, dachtet ihr früher auch, die Baumschule wäre Real Talk halt für so Sonderschüler oder so ein Begriff? Ich war, ich... Keine Ahnung, das habe ich ganz spät erst mit 13 oder so mitbekommen, dass die Baumschule halt echt für Bäume einfach eine Schule ist, wo Bäume kontrolliert wachsen können. Badass. Leave. Leave. Go. 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 Erlebt nach. Echo. Kugel hat dir wie getan. Hier stehst du nur noch auf einem Bein. Filikan. Mh. Wir haben wieder dieses Frisbee, äh, Boomerang-Ding. Der Apollo. Guck, wie ich das Handhabe, denn ich mach nie wieder krumme Dinge. Banane. Bro. 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 Kollegah ist dabei. Okay, ey. Jetzt muss keiner mehr kommen. Ich bin froh über diesen, diesen, äh, Shoot. Diesen wilden Shoot von mir, dass Kole dabei sein könnte. Odin. Odin, selten gehört den Shrek von ihm. Die Labradore. Ah, okay, Labradore sind gar nicht aggressiv, ja, okay. Komm, zeig mir das Bild. Ey, Mann, ich wollte jetzt so ein Baby-Dings sehen, so ein Baby-Hund. Oh mein Gott, das war der Beat gerade von, ähm, die heißt da, Alexander Markus. Von Alexander Markus, dieses Hunde-Dings. Wer kennt das? Äh, 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 äh. Eine absolute Legende. Samra. Samra eigentlich, Samra oder Kapital, warum hab ich die nicht gesagt? Heute im Guess schlecht gewesen. Nur der Shoot ins Blaue mit Kole. Hm. Mach dir keine Sorgen, als ich geboren wurde, war ich schon gestorben. Mein Kopf um die Nabelschnur. Was? Dein Kopf um die Nabelschnur? Die Nabelschnur um deinen Kopf? Bushido, haben wir... Okay, wir haben Bushido und Kole richtig. Hm, schwache. Schwache Hunde. Letztes Mal, ich hatte fast alles richtig. Digga, alles in diesem Part war ganz weird gerade. Oha, geil. Der, der Merch ist neu, glaub ich. Gönnt euch da gerne was. Ey, entspannte, äh, lustige, kurz chillige Folge. Ähm, aber ich mag mittlerweile, glaube ich, ich mag, glaube ich, mittlerweile diese Off, ähm, diese Spin-Off-Formate lieber, so. Bla, 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 äh, Pack für den besten Rapper und so wirst du, so startet er deine Rap-Karriere. Mag ich irgendwie lieber. Mag ich irgendwie lieber, aber, äh, damn, ich bin ein bisschen enttäuscht von mir. Ja, nur zwei richtig gecallt. Aber Kole, immerhin. Immerhin. Freunde, lasst mal eure Meinung, äh, zu den, äh, zu der, eure Meinung nach schlechtesten. Nein aus diesem Video gerne in den Kommentaren da. Und, äh, da würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video. Wird fresh, so wie immer, Freunde, und ciao.